Wieso ist das Kunst, wenn jemand ein Kunstwerk abfotografiert? Wovon handelt dieses Bild? Und das soll jetzt moderne Kunst sein? Moderne Kunst ist also was für Experten. Klingt gut, ist aber so falsch wie die meisten anderen Behauptungen über moderne Kunst. Dieser Online-Kurs wird mit Ihnen ausgewählte Werke der Städelsammlung anschauen und ergründen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020